Hallo Leute, was geht? Wir müssen gleich und um Yoda? Wollen wir mal ein bisschen Spezialfracht machen oder irgendwie Leute abfacken oder sowas? Fahrzeug beschaffen Ein bisschen rumfahren, Timonengtreff oder sowas Dann kommen wir mal vorbei Okay, komm Dann kommen wir mal vorbei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich würde dir helfen. Du hast hier eine ganze Menge. Du hast jetzt einen persönlichen Fahrzeug. Kommst du direkt in meine Sitzung? Wieso nicht? Geht der 5-Zocker, guten Abend, guten Abend, geht der 5-Zocker. Geht der 5-Zocker, wenn du Lust hast, kannst du mit uns nochmal spielen. Was guckst du dir an? Okay. 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 Ich komme da, ich warte. Ich meine gerade an die Fahrzeuge, die vor uns sind. Erhöhle Clint Braising. Spielst du das? Das war's für heute. what service are you looking for oh hey you're in trouble hmm okay I'll deal with it Das war alles nicht koppelweit geschützt, oder? Die Musik, denn wenn du die aber anlässt, dann krieg ich schon ein Video und Squirt, dann musst die komplett ausmachen. Die Musik, die will schon weg! Du kannst zum Beispiel Musiker machen von NCS. Nein, von NCS. No copyrights on. Gib mal ein NCS. Ich war gerade dabei ein Fahrzeug aufzuliefern. Du bist in meiner Sitzung. Komm, mein CEO rein, schlade dich ein. Okay. Nach dem ganzen Rest. Oder hast du Bock auf Biker-Emissionen, wo wir ein bisschen Geld kriegen? Ja, irgendwie habe ich aber schon Bock, wenn nicht GTA 5, vielleicht hat er noch Bock mitzumachen. Wenn er auch hat. Oder holen wir mal ein paar Leute, die hier von Nermatt spielen wollen oder sowas. Kommst du dann wieder rein? Und wer ist denn da alles drin? Ich bin die auch GTA. Okay. Wenn nicht, kann man ja, komm ich mit in die Party rein, dann machen wir jetzt alle zusammen. Tuning-Treff. Die sind nicht schlimm, kann ja trotzdem Tuning-Treff mehr machen. Mit denen am besten. Okay. Und wo? Und um was soll es gehen? Um Lowrider, SUVs, Schnelligkeit, Aussehen und Geschwindigkeit oder? Okay. Ich bin überlegen. Ich bin überlegen. Ich bin überlegen. Ist mir doch eigentlich vollkommen egal. Hast du meine Garage schon mal gesehen? Meine neuen Autos auch schon? Okay. Wir treffen uns mal. von unserem Flughafen, okay? Ach, schüttel, was ich mich für ein Auto mitnehme. Schümm... 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 Ich habe eins gefunden. Was soll ich dann sehen? Oder wenn ich... Äh... Nein. Nein. Nein, ein anderes Auto. Mein Lieblings-Lawater. Taxx-Lawater. Gacken-Lawater. Ne, Mutagen. Schümmel, Schümmel. Das ist wahr. Ich hab's auch gerade so ein Tüter, ich will mich töten. Man, er war gerade so Tüter, ich will mich töten und er hat mein Auto kaputt gemacht. Oha, wie hoch ich gerade einfach gerade gesprungen bin. Wo bist du? In nem Job? Ach, du meinst hier, ähm, in der Lobby. Gut, in ner Zeit mach ich das Ganze so, ich bestell mein Auto neu, okay? Okay. I'm on the clock, what you want? Um, some wheels? It's on the way! Ah, sorry! That's so bad. Okay, let's keep talking after people get off so good! Okay? Aber ich will nicht gleich fahren, wie erst mal eine Runde auf dem Flughafen, also eine Runde, äh, kurz auf dem Flughafen gegeneinander. Ich hätte jetzt aber einen Automat gebaut, was nicht so schnell ist, aber was meiner Meinung nach richtig geil aussieht. Kommst du? Wir wollten aber Tuning drauf machen. Geh doch einfach schnell passiv, komm her und geh aus dem Passivväter raus. ... ... ... Ja, am besten So Okay Okay Ich bin gerade wütend, ich kenne einfach jeden aus meiner Nähe, ja, alles aus meiner Nähe Ist mir egal Ist mir egal Oh, wieso ist ein Türen nicht treffend, egal Oh, schau Oh my god, vollkommen egal wie die das finde, ich kämpfe alles mal näher kommen Okay 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 across your channel and between you make some recent videos want to check out my channel just look up another way for a good hey hunter harrickson blocks will come on the show of the journal um what you like me is subscribe where will you meet with your missus ice barry moyan ice barry ja mann der einer spricht halt englisch und das ist halt ganz ungewohnt ich spreche eigentlich mehr französisch als bei witz mitspielen ach das bist du schuldigung ich habe ganz gemerkt es wurde mir das mich jetzt von angezeigt tschuldigung ein handy mg ich glaube schon ein handy samsung samsung galaxy a5 2016 war schon mal vor ich dachte da geht die a5 so ein bisschen tunig trifft oder so wir wollten jetzt tunig trifft man und noch ein bisschen leute abwarten kekspflanze und joe wg und joe was geht wo es gehört so tunig trifft was so läuft die typen helikopter wollen nicht töten oder ok hoffe ich auch 1.0 kam gleich in die partie alles der schritt einfach er wird einfach schreiben ich komme nicht in die partie schreibt aber kam gleich in die partie ok also mein freund kommt gleich in die partie luke auf dem hangar der allererste wenn du nach der absperrung wieso tust du nicht dein geld in die bank ja ok dann mag ich kurz warte so sprechen manchmal österreicher achso du musst bei meinem auto ganz ganz ehrlich sagen wie du es findest ich muss schnell mir die schranke selber aufmachen ich muss ich habe ich muss damit fahren und du tötest mich direkt. Magst du die KMN Gang? Ja, die mag ich. Hör ich gerne. Nein, verpiss dich. Was willst du? Junge, du hast mich um... Du wolltest mich umbringen. Ich höre jetzt auf, dein Auto anzufahren und du hörst auf mich zu töten. Ab jetzt. Wo fährst du dann? Ja, Tür und Triff. Was ist dein Lieblingslied von KMN Gang? Ähm, mein Lieblingslied von KMN Gang ist, äh, einmal Meister Yoda. Und, äh, das andere muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Warte kurz. Warte. Ähm, dann nochmal, ähm, Nummer 1. Und... Und... Ja. Bei mir steht auch, wenn ich nicht zu YouTube gehe, steht bei mir KMN Gang. Und Zuna. Zähle ich ja trotzdem. Auf jeden Fall, äh, Meister Yoda. Da. Einfach Managern ist fast... khôngch wenn ich miche mehr kenne. Mein Lieblingslied von KMN Gang ist, meine Lieblingslied von KMN. Wie meister Yoda. Hast du Polizei? Kauf doch weg! Ja, macht die Polizei weg! Ist weg? Okay, wir finden... Junge, was? Klebt einmal mein Auto dran, ne? Da hängt eine Haftbombe dran! Eins... Zwei... Drei... Junge, wieso hängen da Haftbomben dran? Da musst du Geld bezahlen, 20.000 Schau mal auf, das ist ein Logo, ich habe für den 2,4 Millionen bezahlt! Hör doch einfach auf! Aber du musst immer gleich alles kaputt machen! MMI 5000 Aber wir werden das Auto jetzt noch mal kaputt bestellen! Auto nochmal kurz weg! MC und dann bestellen nochmal neu, okay? Jetzt hörst du auch auf meine Autos kaputt zu machen, okay? Warte ich... Irgendwann habe ich noch meine Freundin rein! Und dann... ... 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 Waspberry? Bist du in der Lobby? Kommst du rein? You fucker! Show's over, asshole! Over there! All right, let's play Call of Duty. Spielen? Hast du Lust drauf? Ist es kostenlos? Ist das Spiel cool? Spielen? Frage, hast du mal Bock mit mir Infinite Dwarfer Zombies zu spielen? Hast du Bock? Hast du Bock Infinite Dwarfer Zombies? Schwung, das habe ich nicht ganz gehört. Entschuldigung, Siri hat das nicht ganz verstanden. Ja. 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 Wuuuuhuuu! also entfernte baufeuer jetzt da ist nein ich habe ein bisschen bock Geld zu verdienen ok ich habe das gleich ein ok ich liebe derzeit momentan und du doppeltes Geld magst du nicht so? power might besser ok komm schnell rein es kann noch eine Person rein schnell komm hier bei Party rein nein fuck es ist eine Person beigetreten nee er hat verlassen komm wieder rein schnell rein Party ich lasse dich ein gerade hast du? nein es trägt mal ein anderes bei scheiße er hat verlassen komm wieder rein ja Iceberry du bist drin ja ja in first plassen Und war nicht gut. Und war nicht gut. So eine Art Fuck Lass uns Team zusammen arbeiten, okay? Lass auf den Orangen again, schwein mir, okay? Fuck Oh, zwei Zuschauer, nice Was? Haha Nein Ich bin nur runtergefallen, weil das nervt Ich schlage schon mal am wenigsten Leben noch Das bringt auch so gut wie kaum was Benutz mal die Hupe Hm Ja man Ja man Ja man Ja man Ja Oh perfekt Die Zeit Genau das habe ich gehört Mann Ja 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 Verreck Ja man Ja 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 Geht das für mich? Fuck! Mann! Das war uns. Das hätte man nicht mehr... Das hätte ich nicht mehr schaffen können. Ja! 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 Wille, Mensch, springen eingesammelt. Ruh ich mir, Alter. Hä, was? Alter, der wollte bei mir nicht springen. Ja! Du hast mir gedacht, du hast mir gedacht, wo ich noch gelebt habe, zugeguckt. Stimmt's? Du hast auch gesehen, wo ich noch gelebt habe, aber das hast du mir noch zugeguckt. Ja! Wenn die nächste Runde Deadline... Wenn die nächste Runde Deadline anfängt... Oha! Ah! Ha, 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 ha! 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 Ha, ha! Oh! Soll ich irgendwo lebt? Hopps... Ja... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Komplimentbeleidigung! Beleidigungskompliment! Ich mach erst mal meine Anfangungstaktik. Junge, Junge, wieso? Du bist schwule Affe, du bist ein schwuler Eisbär. Du bist schwuler. Das hol ich mir. Uah, nein! Mann! Okay, ich mach erst mal eine andere Taktik erstmal. Mann, was ist das? Der wird mir auf der Karte einen Schaden gezahlt, oder? Guck mal, ob ich den Schlemisch noch habe. Was? Was? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Dass mein Charakter abgerutscht ist? Ja, genau, du fetter Eisbär. Oho! Jetzt reicht's mir. Oh fuck, nein! 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 Ich hab nur noch ein Leben! Eisbärby, bitte helf mir, dass ich wenigstens Platz 3 bin. Okay! Okay! Dann Platz 3! Okay, Asperry! Ich hab nur noch einen Schaden. Den nächsten Video! Guten Tag! Guten Tag! Oh! Junge! Na! Haha! 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 Double kill! Ey, das macht was Gutes. The next video. Bis zu neu auf dem Kanal. Wenn du möchtest, lass doch einen Abo oder einen Like. Mein Rad hat geheiert. So, geheiert, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mein Rad hat geheiert. Was bin ich jetzt? Danx Video, bist du noch da? Schreibt mal in die Kommentare. Cool. Stirb, Eis, Barry, stirb, Eis, Barry, stirb, Eis, Barry. Ah, ja. Ähm, bist du noch auf dem Kanal? Wenn du möchtest, lass doch ein Abo oder ein Like da. Nur wenn du möchtest. Rentnerin. Ähm, wenn das jetzt die Zeit zu Ende ist, wird's mies. Also, nach Mitte wird sich ein orangener Kreis bilden, der sich immer weiter nach innen zieht und die Person, die als letztes im Walsh bleibt, hat gewonnen. Komm, da war jetzt gleich in zwei Sekunden. Hä? Bei meinem Freund war's letztens so. Ah, das lag vielleicht daran, dass es letztens nur zwei Leute waren. Wie viel Geld hast du bekommen? Sieben? Insgesamt? Ich hab 13.000. Ich will nochmal spinnen und du? Oh, cool. Der Nix-Video hat 246 Abonnenten. Der Nix-Video, ich mach das jetzt so. Ich abonniere dich und du abonnierst mich. Willkommen auf meinem Kanal in Zukunft viele verschiedene Gameplays und Online-Streams. Mhm, 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 mhm. Ah, cool. Der, äh, Deadline. Mh, mhm, 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 mhm. Was ich für Spiele habe? Hm... Aber ich was? Ja. Okay. Hast du das auch? Okay, ähm... Ich wollte kurz sagen, ähm... Der nächste Video, ähm... Schreib kurz in den Chat, äh... Also wir gehen jetzt in ein anderes Spiel, das heißt Paladins. Und ich mach dann direkt einen neuen Livestream und wäre dann ganz cool, wenn du auch da wieder reinkommst. Wenn ja, dann schreib einfach mal OK in die Kommentare. Dann holen wir alle. Hör auf. Okay. Okay, dein nächstes Video, ich mache jetzt erstmal den Stream beenden. Und dann bis gleich, wenn du wieder reinkommst, hoffe ich dann erstmal bis gleich.